Ranma Can, gespielt von Isa. Unsere Rio-Ger Erstbesetzung, die auf der Mädel leider verletzt war. Und Stückschreiberin, Kenny. Heute ohne Glasscherbe im Fuß. Die dritte Schwester, Kasumi, gespielt von Rin. Genma, gespielt von Yasu. Und Ranma Kuh, nicht zu vergessen, gespielt von Michi. Wir haben natürlich noch eine sehr wichtige Rolle, die jetzt nicht auf der Bühne gestanden ist. Unsere Wasser-Chinesin und putzende Person und Stage-Ninja, alles in einem Seras-Fächer-Dame. Tja, dann fangen wir mit den Stage-Ninja an. Die Einzigen noch übrig ist, dass ich nicht selbst loben möchte. Nüsschen. Nunuki. Und Li. Ich habe nichts gemacht, ich bin noch hinten gesessen. Wir sind noch Stage-Ninja? Nein, oder? Wir sind die Einzigen. Ansonsten wieder einen großen Dank an die Technik. Nochmal. Ja, Jürgen, Fox und natürlich auch an die Technik am Markt-Convention und die Markt-Convention selber. Danke, dass wir gleich zweimal auftreten durften. Danke an diejenigen, die geblieben sind, die wiedergekommen sind und die, die das erste Mal hier sind und uns angesehen haben. Vielen lieben Dank an euch, liebes Publikum. Und wen wir vorher vergessen haben, vorher auch brav gefilmt, Kiji an der Kamera. Herzlichen Applaus. Und ein zweites Mal, weil wir sie vergessen haben. Und noch zweimal bitte für Kai, der hinten an der Kamera steht. Wir haben zu viele Leute. Ja, eindeutig. Na dann. Verbeugt euch einmal. Bitte, wir müssen mal verbeugen. Ganz wichtig, später tritt noch eine andere Showgruppe auf. Eigentlich gleich nach uns. Hä? Gleich nach uns, oder? Ja, gleich nach uns. Ich weiß nicht, wie viel Pause jetzt dazwischen sein wird. Bitte, bitte schaut es euch an. Es ist sicher ein voll tolles Stück. Wir bleiben auch da und schauen es an. Tschüss.